moin leute was geht und ich kann leider keine vierte atmen special machen weil einfach alles behindert ist ich konnte euch mal zeigen zum beispiel eine neue welt machen für die mod dann gehe ich halt auf neue welt machen so das dauert jetzt ewig aber dann shutting down internal server das heißt das spiel schmiert ab das ist bei jeder verfickten mod die ich immer so reinzumachen das gibt es einfach nicht ich weiß auch nicht warum wahrscheinlich weil dieses scheiß ding einfach zu scheiße ist und dass der advent am wochenende ist eh auch komplett schlecht da ich am wochenende immer andauernd weg muss guck spielabsturz es sieht so aus als würde seine nicht unterstützte modifizierte version des spiels verwenden zu geben kürscht weil an expected aber gehe ich mal darauf davon verstehe ich einfach gar nichts und ja es tut mir leid aber ich kann leider keine zwölf welche mehr machen ja da würde ich sagen tschö und ich wünsche euch noch einen schönen vierten advent und noch schöne weihnachten tschö